Ich hasse diese Mission. Ich hasse sie, ich möchte sie nicht machen. Ich möchte sie dann so schnell wie möglich beenden. Hör auf, mir die scheiß Cutscene zu zeigen. Hör auf, mich mit dem fucking Snipergewehr zu spawnen. Hör einfach auf, irgendwas zu machen. Wieso springst du so weit? Ich hab den Fall, lieber nicht. Wieso muss ich da hin? Das Spiel bringt mich da nur um, damit ich es so nicht abkürzen kann. Das ist dumm. Okay. Ich hab den Fall nicht abkürzt. Ich weiß nicht, wieso ich nicht aufgestarte. Okay. Ich wandte schon wieder. Fucking Snipergewehr. Okay. Also, jetzt hab ich das überlebt. Ja, komm, fahr auch nochmal über mich. Steig ein, Louis. Steig ein. Mann. Louis. Steig ein. Verdammt nochmal. Ey. Boah. Ja, ich bin aus der Gegend weg. Danke. Ey. Wieso hattest du mich jetzt grad die ganze Zeit getötet? Nein. Scheiße. Also, ich bin aus der Sache. Ich bin aus der�letzung, aber ich glaube, ich bin nicht so gewaltt. Ich bin aus der Geschichte. Ich habe es schon über sweating. Ich bin污 우리. Ich habe es über die Chance. Ich bin gerade genau so runtergesprungen wie vorher. Ich weiß nicht wieso das Spiel mich immer danach gewonnen hittet hat. Ich weiß auch nicht wieso Luis nicht nach fucking 10.000 mal Dreieckdrucken in ein fucking Auto eingestiegen ist. Luis, wo läufst du hin? Weich. Da gewollt. Das ist eine schöne Waffe, ich will sie mir einfach nur kaufen. Und ich will mir Munition dazu kaufen! Ich besitze die Waffe schon. Hoffe ich sie mir halt nochmal. Ich hol mir jetzt Munition. So eine Scheiße mach ich nicht noch einmal. Ich hab mir all das Geld aus. Brauchst du ja nicht. Ich hab mir jetzt mal geholfen. Ich hab mir jetzt mal geholfen. Ich hab mir jetzt nicht mehr wissen, wer die Dämonen hat. Dann vielleicht sollte ich mich gefragt haben. Insofern bin ich mir vor der Stadt zufrieden. So, steig hin, das. Na gut, das kann man auch, äh, das Gräter machen. Danke. Ja. Jo, bin ich vorgebracht. Father man hurts everything Definitiv nicht ich Ich bin hier, ich bin nicht gefährlich, ich habe meine Hände gedulden Ich kann arbeiten Alles klar, Mann, wie geht es? Es ist episch, Mann Es ist episch, Mann Es ist episch, Mann Die Leute werden über diese Sache in der Zukunft reden, Baby Ich spreche Luxury auf eine ganz neue Ebene Das Ort wird so sehr günstig, die Leute nicht mehr können sie es Es wird in Gold geblieben Es ist wie... Yo, yo, yo So, ist das ein Diamant in deinem Pocken? Du bist nur glücklich, dass ich mich in Schein Haha Woah Mann Ich weiß, die Verhandlung wird sagen Ah, das Unmögliche Dream Priceless Indulgence Stil von Yusuf Amir Timeless Classic Timeless Classic Ja, das ist perfekt, Mann Das ist was die Leute wollen gerade jetzt Aber... Was machst du hier? Pfff Ich mache das ganze Ding mit meinen bare hands Okay, cool, Mann Listen, es war gut catching up with you, okay? I'll see you soon Hey, not so fast, Homie Yo, could you give me a ride to my helicopter? I could tell you something along the way But I thought you was busy building the pyramids Oh, all work and no play makes use of a dull boy Come on, Baby, it'll be fun Okay We're only up to the broker side of the Alcoclin bridge, homeboy In 100 Oh, yeah, look, just in case Do you mind if I hit you up for some of them exploding shells? Thanks, Mann What you after this time, Mann? I got you that tank thing in the chopper What now? You want the Statue of Happiness for your backyard? Excellent idea, my friend And that will have to wait Alright, then What are we after? Wait for it I'm waiting You ready? Just fucking tell me, bro A motherfucking subway train Oh, yeah, baby The prize of the fleet The ass fucking flagship of the LTA Give it up What you want a subway train for? We're taking that shit out to the Gulf For a new Liberty City themed development out there Check this out Genuine LTA Submarine Train To get that shit going through a precious and delicate color reef Not perfect Aside from how fucking dumb themselves How am I supposed to take that thing? Not going to be easy, dog No one likes people fucking with their public transport in this paranoid age Can't you just buy yourself a subway car, bro? Yeah Oh, man, shit We need the genuine article The real deal You think we can put the Amir name to anything but authentic shit? Yo How am I supposed to roll this off? Yeah We just meet the front car of the train You jump on board You climb to the front And you unhook the car I'll handle all the rest Real simple, man I don't know why I hang out with you, bro Because you fucking love this shit, homie Ain't nothing like rolling with this Arabic bad boy That And I'm going to put your clumps on the world stage We'll have a lounge on the moon by the time we're done For real You're me? I can't believe I'm doing this Believe it, baby Hit it yourself You ain't dreaming This is no film The city is our playground, homie If it's our playground I come on the only one getting dirty Shit I'm going to look after you I'm going to look after you Your problems, man Yousef can make them go away Get in position above the tracks, man I'll see you soon For what? Hä? Achso, wieso sollte ich... Ich hinterfrag's nicht Wo kommt der Zug? Achso, von hinten Kämpf dich denn Julius, wenn du dich beeindrucktest, würde das viel schneller gehen Whoa Los, los, los! Hey, yo I got this Here we go This is crazy He's got a bomb Du brauchst einen Topper für, Gump! Ah, lad das mal nach! Okay Wenn du damit auch nach vorne gehen würdest, wär das viel schöner! Ich kann nicht mehr weiter nach vorne Du muss ich jetzt hier warten! Was ist das? Ich kann doch nicht mehr nach hinten schauen Wenn das du mir das genau über... Wieso muss ich mich da... OHHHHH! Ja, wie oft soll ich denn auch drauf schießen? Mein Gott! Warum ist die Waffe so schwach? Wieso macht Luis nichts? Was... Was ist die Aufgabe? Ich wollte gesagt, ich soll nach vorne gehen, damit ich den vorderen Dings abtrennen kann Ah ja, aber nicht wirklich! Ich sitz da nur und denk mir so... Wow, schön! Die hat nur abschießen lassen! Wenn man ein bisschen schneller laufen könnte, wär's halt nicht zu nerven! Ich soll's nach hinten gucken! Hm... Guck ins Nichts! Du willst sein Gewicht auf dich sein! Töre sein pour dich! Du bist immer unterstützt! Ich sag's! Fak auf dich zu Wenn man während der Mission noch Leben bekommen würde diese Mission nicht so schwer Was soll ich dagegen machen Ich bin jetzt schon fast tot Ich kann nichts dagegen machen Ja was soll ich da machen Ich kann mich nicht in Deckung stellen Was verlangt das Spiel von mir Wieder so eine Mission Ich kann mich nicht in die Mitte Aber dann habe ich das nicht in die Mitte Ich kann mich nicht in die Mitte